so ich bin zurück wir wollten jetzt die dämmerwald quest machen aber ich fliege trotzdem noch mal zurück nach sturmwind weil es mich jetzt ein paar silberlinge kostet weil ich nehme mir ein heimatort an kann ich mich dann zumindest zurück porten ich will die rune holen die unterprasche rune die brauchen wir was jetzt mit untoten zu tun haben die magier sind da gemacht in ihre zauber bitte versuchen zu kicken braucht ihr hilfe ja die cwe zäberkommst leist Das war's für heute. Was hast du denn? Ist das so wie ein Zeichen im Wasser? Schon nie gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Wir wollen ihnen einen Pork. Das ist wohl nicht okay so die müssen wir anquatschen die will dass wir den Typen hier der ist nicht da oder oder doch nervig der Scheiß so 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 wie geht's gut jetzt sind wir schon besser dran so die Tasche will ich noch schnell in die Bank tun so 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 untote sind voll das Ding von der Paladin so ich muss zeigen wo der Hammer hängt so okay Unterbrochen? Wird er unterbrochen? Wird er unterbrochen? Wird schon nicht das, das Skelett-Magier Jetzt heilen wir, da geht's Okay doch Andererseits habe ich absurde Minerprobleme Das kostet verdammt viele Miner Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich muss näher ran Na gut, die Typen sind jetzt kein Problem Da reizigelt Da 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sinn vorgeben, dass wir dich haben. Da beißt man es keinen Faden ab. Wo ist das? Hier, perfekt. Bergplatz, Schotterisch-Oberholt, sehr sehr schön. Gut. Gut, gut. 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 außer Reichweite. Hast du das gesehen? Ich habe einen Ring geschenkt bekommen. Okay, den einen Steuergeteil ausdauernd leg ich natürlich sofort an. Und der bringt uns sowas von weiter. Ist das geil. Sowas Nettes. Ich habe einen Ring geschenkt. 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 Oh, 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 oh. Das war's für heute. Da können wir unschuldruiden draufgehen. Keine Verkünfte. Nachdieser! Die ersten haben schön gezwungen und nur noch diese Typen drin. Abwechslung! Das war's für heute. Das ist zu weit entfernt. Das war's für heute. 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 Oh, schön nervig. Schon da hat er jetzt gerade die Kiste weggeholt. Das läuft ja kaum nicht so wie es lohntzen. Okay, da hätte ich Spinnen hier gelegt. Ich weiß, es sind nämlich schon. Oh, ein Schimmel. Oh, ein Schimmel. Oh. 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 Alles, wenn man wo da hin kommt. Das ist gar nicht. Vergiss es. Ich habe schon 10. Das ist gar nicht. Ich schau mal hier lang dahin. Ne, genau, ist der Quatsch so. Keine Gäste da. Wird doch schon 24. Der ist bloß. Oh, ist das nervig. Gibt's denn hier nicht mal die Dreienverschläge. Aber sonst genug da. Lass mich nicht mehr die Schüsse des Zwe якsten. Ja, ich freue mich. Keine Gäste sind wir. Oh ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Puh! Wie ist es? Oh ja, ich freue mich. Vielen Dank für's Zuschauen! Endlich reich war! Ich muss näher ran! Rein zu uns schon! Ich kann ganz gut aus dem hier aufhören. Ich kann völlig auswählen. Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Ich habe gerade eine andere Flog. Ich habe gerade viele Flog. Ich habe gerade die Flog. Ich bin ein Fisch! Es ist eine Flog! Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Das war's für heute. 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 Gut. Gut. Gut verfolgen. Gut. 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 Das da wird. Das da wird. Das da wird. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen was wir bauen können. Die ist natürlich absolut geil. Aber nur Intelligenz ist auch blöd. Die ist doch schon besser. Mit der Ridge kann ich die sogar bauen. Aber fehlt mir eigentlich auch. Mit Los Leder. Schillernde Perle. Das ist der absolute Hammer. Die wären top. Die Spinnenseitenstiefel. Aber. Schillernde Perle. Das Problem auch noch die Spinnenseite. Feindlich doch bald habe ich. Ja. Wir haben geöffnet. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen immer mal eine feine Farbe. Wir brauchen auch schon zweimal. den Leder. Spannung. 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 Cool. Scheiße. Jetzt muss ich damit. Ich muss jetzt hier mal rüber. Ich muss ja. Punkte machen, da hat es oder geklappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weg damit. Halt sie und falsch. Das hat nicht geklappt. Mach mich. So. Ja, so von 19 so. Gleiche. Ja, viermal weißes Goldkleid. 148. 149. 150. Perfekt. So, wir gucken. 2, 3, 4, 1, 6 und 1. Und. Das Gold ist überschritten. Wir haben jetzt noch. Schwerer Wallhäuser. Ja. Ja. Kann man nicht mehr. Whatever. Verwalschtiefe. Geht nicht. Moment ist egal. Können wir nochmal diese. Schwerer Wallhandschuhe an. 2,5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Das ist der Wollstoff alle, den brauchen wir nicht immer verkürfen, 1, 2, dann sehen wir den ganzen Wollstoff erstmal wieder weg und sind wir jetzt erstmal über ein Gold gekümmt. Ok, ich bin jetzt auch schon wieder bei 52 Minuten, das heißt ich geh jetzt raus. Ich bin euer Schlafschirm, bis Dormuster, tschau tschau.